Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Hey, du siehst durstig aus. Herzlich willkommen bei Trinken mit Zocchi, wo wir das Ganze dieses Mal mit leckeren Rezepten mit Wasser ändern. Das erste Rezept, das braucht am Anfang einmal etwas dunkles Wasser. Dann frischen wir es auf mit etwas weißem Wasser und geben zum Schluss noch ein klitzekleines Äuzerl süßes Wasser dazu. Und schon haben wir ein nettes klassisch englisches Frühstücksgetränk. Ah, ist das graus. Entschuldigung, ihr habt vergessen, dass wir als Österreicher eigentlich normalerweise nur eine Form von Wasser trinken. Und das ist auch ein ganz spezielles Wasser. Das ist das sogenannte gelbe Wasser. Ah, herrlich. Und in der nächsten Folge vom Trinken mit Zocchi lernen wir dann, warum man gelbes Wasser zwar trinken, gelben Schnee, aber nicht essen darf. Das ist so blöd, es tut mir wahnsinnig leid. Aber apropos dunkles Wasser. Wir kennen das natürlich, wenn wir auf Urlaub fahren, irgendwo in eine entlegene Gegend. Direkt mehr oder weniger die Aussicht vom Zimmer rechts. Ein kleines Viertel mehr. Links die brennenden Reifen, die Atommüllendlagerstätte und die Müllverbrennungsanlage. Das ist doch schön, wenn man dann das Wasser auftritt zu einem richtig grauslicher, brauner Schwarz rauskommt. Ist wahrscheinlich einigen, denke ich auch, schon mal passiert. Auf jeden Fall ist das so ähnlich das, was unseren Hauptcharakteren in unserem heutigen Film passiert. Nämlich Dark Water, der auf einer Kurzgeschichte von keinem geringeren als Koji Suzuki basiert. Interessanterweise heißt zwar die Verfilmung Dark Water. Dark Water ist allerdings der Titel von einem Kurzgeschichten-Sammelband, wo die Geschichte, die eigentlich hier verfilmt wurde, Floating Water heißt. Aber zugegeben, Dark Water klingt auch ein kleines bisschen gruselig. Und wir kennen dieses System ja auch von einigen anderen Autoren wie Stephen King oder so. Aber bevor wir uns jetzt tatsächlich um den Film Dark Water kümmern können, müssen wir ein bisschen mehr in der Geschichte von Koji Suzuki zurückblicken. Denn er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten japanischen Horror-Autoren im Westen. Immerhin ist er derjenige, der die Vorlage für The Ring geschrieben hat. Er ist einer derjenigen, der gerne atmosphärischen, psychischen Grusel mag. Mystery-Elemente, Thriller-Elemente, überraschende Elemente, aber überhaupt nichts von plakativen Schockmomenten, Splatter, sonst irgendwas hält. Deswegen war er auch relativ unglücklich mit der ersten Verfilmung von seiner Geschichte Ringu, die eben damals als Fernsehfilm unter dem Titel Ringu ausgewertet wurde, wo allerdings eben die Macher der Verfilmung dann tatsächlich einige Elemente wie Sex und Gewalt hinzugefügt haben, um das Ganze für das Publikum etwas tragbarer zu machen. Da war Suzuki allerdings kein großer Fan und wie es dann darum ging, den selben Stoff fürs Kino noch einmal neu auszuwerten, hat er sich als Produzenten für die Umsetzung Takashige Ishise ausgesucht, weil der, als eigentlich wahrscheinlich einziger Produzent, ihm freiwillig auch ein Mitspracherecht an der Verfilmung zugestehen wollte und ihn aktiv in den Entstehungsprozess involvieren. Gedreht wurde der Film dann von Hideo Nakata und der Film war natürlich international ein riesengroßer Erfolg. Ring ist wahrscheinlich neben The Grudge einer der bekanntesten japanischen Horrorfilme aller Zeiten. Demnach war es natürlich klar, dass sich dieses Trio irgendwann einmal wieder vereinen wird und es dauerte es nach der Verfilmung von Ring genau noch vier Jahre, bis mit Dark Water eben die nächste Zusammenarbeit in den Startlöchern stand. Wie immer basierte das Ganze auf der Kurzgeschichte von Suzuki, Nakata war Regisseur und auch Drehbuchautor. Ishise hat ebenfalls am Drehbuch mitgewirkt. Ishise übrigens auch ein Produzent von Sachen wie The Grudge oder Shutter oder eben einigen anderen Filmen, die wir sogar international kennen. Aber wenn wir jetzt dann auf die Verfilmung von Dark Water blicken, dann sehen wir einige interessante Sachen, weil nachdem ich anfangs erwähnt habe, dass die Geschichte auf einer Kurzgeschichte basiert, wissen wir natürlich, dass die nicht wahnsinnig lang war und mit 40 Seiten und nicht unbedingt genügend Stoff für einen 100 Minuten langen Filmboot. Deswegen hat man für die Verfilmung natürlich einige Elemente hinzufügen müssen, wie beispielsweise den kompletten Charakter des Vaters, der in der Vorlage nur ganz dezent am Rande, ich hätte die Geschichte mit dem Wein nicht schon halb zwölf zum Mittelfilm und so, nur ganz kurz am Rande ab und zu einmal erwähnt hat, aber der dann im Film quasi zum eigenen Charakter wurde. Das ist natürlich eine interessante Sache. Und wir bekommen dann den Film, der übrigens ebenfalls international erfolgreich war, damals 2002, so erfolgreich, der als Hollywood sofort einmal wieder quasi ebenfalls in Dark Water aus dem White Porzellan gegriffen hat und sich gedacht hat, drei Jahre später machen wir ein Remake dazu. Und dieses Remake war... Jo, besetzt mit Jennifer Connelly, John C. Reilly, Tim Roth und so weiter, mit einigen bekannten Gesichtern ausgestattet, aber jetzt dann doch nicht so wahnsinnig gut. Vor allem, was ich interessant finde, ist, dass während uns Dark Water mehr oder weniger eine Art Fluch zeigt, das Remake uns eine Art Fluch bringt, denn der Fluch des verheizten Hollywood-Regisseurs. Gedreht wurde das Dark Water-Remake nämlich von Walter Sallis, der tatsächlich ein Jahr zuvor für seine Verfilmung von Die Reise des jungen Jay einen BAFTA-Award bekommen hat und demnach direkt einmal von Hollywood eingekauft wurde, aber natürlich dazu verpflichtet wurde, irgendeine 0815-Gacke runterzudrehen und nicht seine tatsächliche Kreativität fließen zu lassen. Das ist ja etwas, das zum Beispiel auch deutsche Regisseure wie Florian Henkel von Donnersmark am eigenen Leib zu spüren bekommen haben, weil wie man von das Leben der anderen zu The Tourist kommt, da muss irgendein Fluch dabei sein. Anyways, wir schauen vielleicht einmal ganz kurz auf die Gesichter von Dark Water. Da ist nämlich relativ interessant, dass wir zwar viele Schauspieler in dem Film sehen, die in Japan sehr fest verwurzelt sind und die teilweise dreistellige Einträge in der IMDb haben, von denen allerdings trotzdem nur sehr wenige überhaupt in den Westen gekommen sind, beziehungsweise die wenigen, die bei uns gelandet sind, auch weitestgehend unbekannt geblieben sind. Aber ein paar Gesichter könnte man tatsächlich erkennen, beispielsweise ein älterer und sehr sympathischer Fumiya Kohinata als Vermieter und so weiter. Den sehen wir in Outrage und Outrage Beyond von Takashi Miike als Detective Kataoka. Wir haben ihn außerdem als Hakuro 2017 in Fullmetal Alchemist gesehen. Wir haben Yuto Kui, die zum Beispiel auch noch in The Long Goodbye gespielt hat, beziehungsweise ich muss mich tatsächlich echt verinnern, weil es ist wenig überraschend, wenn man über japanische Produktionen redet, dass in mehr oder weniger fast jeder Filmografie irgendwo eine Abwandlung von Kamen Rider vorkommt. Aber seit ich jetzt in der letzten Zeit öfter über japanische Filme recherchiere, begegnet mir immer wieder eine Serie namens Der nackte Regisseur. Und irgendwie habe ich mich noch nicht getraut, da drauf zu klicken. Falls jemand von euch Informationen davon hat, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren fallen lassen. Und vielleicht belohne ich euch dann mit der nackte YouTuber in irgendeinem Video. Keine Sorge, das wird nicht passieren. Außerdem sehen wir in dem Film Isao Yatsu, der zum Beispiel als Old Man on the Bus in The Grudge 2 zu sehen war, der eben auch als Saito im Original You Won The Grudge zu sehen war. Eigentlich relativ nett, dass man da verschiedene Charaktere in den verschiedenen Filmen begleitet. Tatsächlich hat Shigemitsu Ogi, den Zahnarzt in Babel gespielt, beziehungsweise war kurz in der Serie Alice in Borderlands, zu tun, was leider nichts mit dem besten Playstation Spiel aller Zeiten zu tun hat. Wir sehen Maiko Asano, die in Shutter die Mother on Train gespielt hat, beziehungsweise auch in Tokyo Go Police mit dabei war. Ein weiterer Punkt, wo mir bei der Recherche aufgefallen ist, dass die IMDb, wenn es um japanische Filme geht, eigentlich nicht wahnsinnig gut ausgestattet ist, weil auch wenn wir relativ viele Rollen von den Darstellern sehen, meistens werden sie dann nur als Actress gecredited und ich habe keine Ahnung, in welcher Rolle sie in diesem Film aufgetreten ist. Kiriko Shigemitsu hat beispielsweise auch im Original The Ring die Yoshimi Oishi gespielt, beziehungsweise, ja, das war's, was ich sagen wollte. Und, ähm, nein, tatsächlich war sie noch in dem Film die Steuerfahnderin zu sehen und da fand ich's wahnsinnig witzig, was uns die IMDb so alles Schönes vorschlägt. Leute, denen die Steuerfahnderin gefallen hat, denen könnten auch folgende Filme gefallen. Die Steuerfahnderin schlägt wieder zu, klar, die Kunst der Erpressung, das überlasse ich dann euch, und die Beerdigungszeremonie. Das ist mehr oder weniger eine absolut perfekt passende Empfehlungstrilogie. Außerdem sehen wir in dem Film Shisako Hara, die als Actress in Shin Godzilla mit dabei war, in welcher Rolle, ja, beziehungsweise Torushi Shinagawa, den wir zum Beispiel bei fast 100 verschiedenen Produktionen gesehen haben, wie eben zum Beispiel, ah ja, die letzte neue Verfilmung, Fullmetal Alchemist, The Final Alchemy. Aber, darf dazu vielleicht einmal genug mit der Backstory zu dem Film. Kommen wir zur Backstory von den Veröffentlichungen. Hierzulande wurde der Film dann natürlich auf dem Fantasy Filmfest im Jahr 2003 über den Kinovertrieb Highlight aufgeführt und fand dann später im September 2003 auch mit einer deutschen Synchronfassung seinen Weg auf die DVD. Diese Fassung ist allerdings mittlerweile seit einiger Zeit ausverkauft, schon mal zwar irgendwo in meinem Regal, aber trotzdem ist Star Quarter natürlich einer der großen Kultfilme, bei denen man sich wünschen würde, dass es irgendwann einmal dann auch eine hochauflösendere Alternative gibt. Die haben wir vor einigen Jahren in England bekommen, über das Label Arrow Video. Im Oktober 2016 gab es eine britische Blu-ray, die allerdings, wie die japanischen Filme von Arrow üblich, nur den japanischen Originalton mit englischen Untertiteln bot und keinen westlichen Dub. Da war natürlich die Hoffnung nach einer europäischen Alternative erbrauchbar. Und jetzt im Jahr 2022 hat man ein französisches Label namens The Jokers angekündigt, am 16. November nicht nur eine Blu-ray, sondern gleich auch eine 4K-UHD von Darkwater anzukündigen, zu veröffentlichen im japanischen Original mit französischen Untertiteln. Was, wenn man mich fragt, noch unbrauchbarer ist. Schön wär's, wenn wir eine deutsche Alternative haben können und die serviert uns tatsächlich Play-On-Pictures. Zum Zeitpunkt von der Aufnahme von diesem Video habe ich leider noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin von diesem Mediabook auf dem Schirm. Der ist allerdings wahrscheinlich, wenn ich dieses Video poste, bereits bekannt, steht dann in der Videobeschreibung. Da gibt's auch dann direkt den Kauflink zum Play-On-Pictures-Shop, weil dort wird dieses Mediabook exklusiv erscheinen. Und damit nicht genug, Darkwater als ein limitiertes 4K-Media-Book von Play-On-Pictures ist nicht einfach nur irgendein 4K-Release von Play-On-Pictures. Nein, es ist der Start einer neuen J-Horror-Collection. Und deswegen freue ich mich ganz besonders darauf, einerseits mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check über den Film Darkwater zu sprechen. Check. Außerdem natürlich die Veröffentlichung näher unter die Lupe zu nehmen und damit auch eben ein kleines bisschen den Blick auf die Blaupause von dieser neuen J-Horror-Collection zu werfen, die eben entgegen der zuletzt gestarteten Western-Ala-Rabbiata-Reihe nicht in einem eigenen Format erscheint, sondern ganz normal im G2-Media-Book. Ich freue mich, dass ihr bei dieser Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check wieder eingeschaltet habt, bedanke mich bei Play-On-Pictures für das Rezensionsmuster und freue mich darauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check einen genaueren Blick auf das brandneue deutsche 4K-UHD-Media-Book von Darkwater zu werfen. Der erste Anblick des Mediabook-Frontcover-Artworks von Darkwater hat mir zugegebenermaßen ein doch recht deutlich hörbares Oh Wow entlockt. Dabei ist natürlich einerseits die fantastische und im Manga-Stil gehaltene Zeichnung von Dominic Yell zu erwähnen, aber der erste Fokus meiner Aufmerksamkeit war trotzdem die beiliegende J-Card. Die erfüllt ihre angestammte Funktion mit dem Transport der Inhaltsangabe des Bonusmaterials und den technischen Details natürlich wie gewohnt auf dem Backcover, hat allerdings diesmal die Eigenheit, dass sie entgegen ihres Namensgebers nicht quasi über die untere Kante des Mediabooks auf das Frontcover lappt, sondern über die Seite, über den Spine. Das ist natürlich in dem Fall eine ganz eindeutige Hommage an die sogenannten Obi-Stripes, die in Japan bei CD- und Vinylveröffentlichungen ganz üblich sind und dabei kleine Teile vom Frontcover über den Spine mit kleinen Teilen vom Backcover verbinden. Danke an der Stelle an meinen YouTube-Kollegen Christian Koch, der mir diesen Querverweis gesteckt hat, obwohl ich diese Obi-Stripes bereits bei einigen Veröffentlichungen, beispielsweise Soundtracks aus dem Final Fantasy oder Kingdom Hearts Universum, gesehen und hier auf meinem Kanal sogar gezeigt habe, wäre mir das selber nie aufgefallen. Und deswegen möchte ich zuerst einmal einen Blick eben auf diese J-Card werfen. Da ist es natürlich absolut putzig, dass die Reihe dann auch gleich J-Horror Collection heißt, wobei das J in J-Horror und J-Card ein anderes ist als das in Homer J-Sims. Ich mache schon weiter. Wir sehen da ein etwas in Farbe gehaltenes Gesicht von Ikuko. Das ist übrigens dasselbe Bildausschnitt, der dann rechts davon natürlich etwas kleiner noch integriert in das Design. In dem Manga-Stil zu sehen ist, wir sehen die Inhaltsangabe, ein paar weitere Details zu diesem Release, wie auch das FSK-Log und den Hinweis, dass es die Nummer 1 der Reihe ist. Schauen wir mal über den Spine, da lesen wir lediglich den Filmtitel, die Blu-Ray und UHW-Logos, beziehungsweise den Hinweis auf die Reihe. Bei dieser Reihe handelt es sich also um eine, die lediglich auf dem Frontcover und der J-Card durchnummeriert ist und wo es im Gegensatz zu beispielsweise der Western Al Arabiata-Reihe keine Durchnummerierung auf dem Spine gibt. Dann landen wir auf dem Backcover, da gibt es natürlich die gewohnten Informationen, einige Bilder aus dem Film, die Inhaltsangabe, die technischen Details, Informationen rund ums Bonusmaterial, Cast & Crew Angaben, technischen Sachen und so weiter. Dabei möchte ich mich allerdings in dem Fall natürlich beim Bonusmaterial kurz aufhalten. Das ist bei dieser Edition nämlich absolut fantastisch. Play on Pictures hat es geschafft, das komplette Bonusmaterial von Arrow Video für ihre Veröffentlichung zu lizenzieren, weswegen die Blu-Ray, die deutsche Blu-Ray von Darkwater, dieselben Extras enthält, wie die britische von Arrow. Das ist einerseits ein Interview mit Hideo Nakata, dem Regisseur, der bei einer fast 30 Minuten langen Laufzeit bei dem im Tokio im Mai 2016 geführten Information, einige Informationen generell über seine Karriere und über das, was er als Filmemacher bei The Ring und Darkwater erfahren hat, sagt, eben ein bisschen ein umfangreicheres Feature. 20 Minuten lang kommt dann ebenfalls Koji Suzuki zu Wort, ebenfalls ein Interview, das im Mai 2016 aufgenommen wird. Und auch hier spricht er ein bisschen über seine Karriere als Horrorautor, beziehungsweise dann natürlich im Speziellen über die Adaption von Darkwater, von der Kurzgeschichte zum Film. Außerdem kommt Yunichiro Hayashi, fast 20 Minuten zu Wort, der Director of Photography von dem Film ist und der vor allem über seine wiederholten Zusammenarbeiten mit dem Regisseur Hideo Nakata, sehr interessant spricht. Es gibt dann auch noch kürzere Archive-Interviews mit Hitomo Kuroki, noch manchmal ist er Zungenbrecher, mit Asami Mitsukawa, beziehungsweise Shikawa Suga, die zwischen 8 und 3 Minuten lang sind, beziehungsweise dann noch ein kurzes Making-of-Archive-Featured aus dem Jahr 2002, das bei 15 Minuten Laufzeit einen ganz knappen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Das sind allesamt Features, die wir im deutschsprachigen Raum das erste Mal sehen, weil die alte deutsche DVD von Highlight ausschließlich mit Trailern im Bonusmaterial ausgestattet ist und während die Archive-Features dann tatsächlich doch eher teilweise ein bisschen werbelastig, beziehungsweise nur marginal interessant sind, sind es wirklich die drei neu von Arrow Video produzierten Features aus dem Jahr 2016, die einen wirklich interessanten Blick von einerseits eben der Entstehung der Kurzgeschichte bis zur Entstehung und Umsetzung des Films liefern und meiner Meinung nach definitiv sehenswert sind. Jetzt, apropos definitiv sehenswert, werfen wir mal einen Blick auf das eigentliche Frontcover. Diese J-Card wurde vorne mit zwei Klebepunkten angebracht, hinten dann noch einmal mit einem und wir sehen jetzt eben hier das komplette Frontcover-Artwork. Das ist im Fall von Dark Water komplett sauber ausgefallen, bietet eben keinerlei Namenseinblendungen, Titelschriftzüge oder sonst irgendwas, die sind eben auf dem überlappenden Teil der J-Card komplett enthalten gewesen und daher hier redundant. Wir sehen Ikuko mit der absolut wichtigen Tasche, die einen wichtigen Stellenwert im Rahmen der Geschichte des Films hat. Vor allem finde ich hier cool, wie sie mit diesem Regenmantel, den ich mir irgendwie gerade gelb vorstelle, ist sie natürlich eine Mischung aus April O'Neill beziehungsweise dem Kind am Anfang von Stephen King's Ass. Aber ich finde es einfach nur genial, wie hier eines der wichtigsten Motive des Films, wie sie eben quasi durchnässt, aus dem Lift aussteigt, als Frontcover-Motiv verwendet wurde. Dabei finde ich es eben einerseits genial, dass Dominic Jell hier absolut brillant mit dieser Schwarz-Weiß-Ästhetik arbeitet, dass eben die zahlreichen Graustufen das Bild mehr oder weniger ausreichend ausleuchten, dass man einfach überhaupt keine Farben braucht. Ich finde, dass das hier perfekt gemacht wurde, dass man im quasi besten Andy Warhol- oder Zeitungsdruckstil hier diese einzelnen Farbpunkte deutlich dargestellt sieht, die dann eben die einzelnen Farbnuancen voneinander abheben. Das ist ein wirklich wunderschönes Bild, das meiner Meinung nach aber auch hier für dieses Mediabook-Format absolut natürlich perfekt angepasst, weil extra für dieses Format erstellt und dann hier auf das Mediabook in hoher Qualität gedruckt wurde. Das sieht großartig aus. Schauen wir dann gleich einmal auf das Backcover. Das zeigt uns eine andere, quasi andere Szenenbilder aus dem Film, die hier ebenfalls im sehr schönen Manga-Stil angeordnet sind mit den nicht ganz geradlinigen Trennungen der Panels, wie es anders eben bei den amerikanischen Comics gerne einfach nur mit geraden Vierecken ist. Hier etwas dynamischer sehen wir da einige Sequenzen, einige Szenenbilder aus dem Film, einige wichtige Motive, die genauso dargestellt sind wie eben das eine Bild auf dem Frontcover. Auch hierbei absolut perfekt scharf, absolut perfekt kontrastreich und wundervoll gedruckt, sodass das hier auf dem Mediabook qualitativ, finde ich einfach nur fantastisch aussieht. Dabei können wir noch einmal kurz einen Überblick über diese beiden Elemente werfen, sehen, dass es eben kein durchgehendes Artwork ist, sondern eben ein größeres Bild auf dem Frontcover und vier kleinere auf dem Backcover. Und wenn wir das Mediabook bereits offen haben, dann können wir natürlich da auch einen Blick auf die Verarbeitung werfen. Wir sehen, dass der Innenspiegel quasi wie bei Play on Pictures gewohnt aus zwei dickeren Stücken Papier wirkt, aus Indie dann das eigentliche Booklet, das in dem Fall wieder 20 Seiten Mist eingeklebt wurde und damit sehr stabil ist und eigentlich nicht rausfallen kann. Wir schauen dann einmal in das Innere von dem Mediabook. Da sehen wir auf der linken Seite auf der 4K UHD einerseits natürlich die junge Ikuko vor dem Lift sitzen, bekommen dann ein durchgehendes Innenartwork, das ganz offensichtlich durch den Etagenanzeiger auf der rechten Seite aussagt, dass es sich um den Lift handelt. Ansonsten allerdings in Wirklichkeit nur ein, ja wie soll man sagen, Splash ist, was natürlich auch irgendwie sinnbildlich für den Film gesehen werden kann. Auf der rechten Seite auf der Blu-Ray sehen wir dann grundsätzlich dasselbe Frontcover-Artwork wie auf dem Mediabook selbst. Dabei das Ganze allerdings in die blauen Farben gehüllt, dass das Ganze natürlich besser in das Innere von dem Mediabook passt. Auch hier mehr oder weniger einfach nur irgendein Splash und irgendwelche verschiedenen Farbnuancen von Blau im Hintergrund. Das 20-seitige Booklet, das sich zwischen diesen beiden Disks befindet, wurde in dem Fall wieder von Christoph Kellerbach geschrieben, der einige absolut interessante Informationen rund um diesen Film zusammengefasst hat. Einerseits geht es natürlich ein bisschen um die Karriere des Autors Kouji Suzuki, über eben dessen Erfahrung mit der ersten Ring-Verfilmung, über dann die neuere seiner Meinung nach bessere Version und dann wie das Ganze zu dem Film Dark Water geführt hat, wie der umgesetzt wurde. Ein bisschen, ein paar Infos über Cast and Crew und so weiter. Das ist auf jeden Fall so, wie man es von Christoph nicht anders gewohnt ist. Ein hervorragend, flott und dynamisch geschriebenes Booklet, das einige wirklich wissenswerte Informationen enthält und dabei nach der Sichtung des Films meiner Meinung nach auf jeden Fall gelesen werden sollte. Und noch etwas gibt es, auf das man definitiv einen genaueren Blick werfen sollte. Und das ist die Datenschicht der 4K-UHD-Desk. Natürlich ist es eine feine Sache, dass das Mediabook äußerlich optisch schön aussieht, aber wie sieht es mit der Bildqualität der brandneuen 4K-Auswertung aus? Arrow Video hat damals im Jahr 2016 bereits gemeint, dass es sich bei ihrem Transfer um ein vom Lizenzgeber zur Verfügung gestelltes Material handelt, das dann lediglich ein bisschen Farb korrigiert bzw. nachbearbeitet wurde. Aber ganz offensichtlich hat Play on Pictures hier ein schönes 4K-Master bekommen. Wie sich das auf der deutschen UHD macht, das möchte ich mit euch im nächsten Segment von Playzogas Blu-Ray-Check genauer durchgehen. Allerdings möchte ich an der Stelle auch einmal ganz deutlich einige Informationen festhalten. Erstens, alle Screenshots aus dieser jetzt folgenden Slideshow wurden von mir selber gemacht, nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet, mussten aber natürlich abgespeichert, ins Video eingefügt, dieses dann gerendert und auf YouTube hochgeladen werden, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht nur eins zu eins, die tatsächlich, je, 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 je. Wissen wir ja S-Ventura-technisch schon von meinen letzten 800 irgendwas Blu-Ray-Checks, aber ganz wichtig ist mir bei einem 4K-UHD-Check immer noch der Hinweis, dass ich noch technisch nicht imstande bin, Screenshots von einer 4K-Scheibe direkt zu machen. Das heißt, alle Screenshots, die wir jetzt sehen, stammen von der Blu-Ray, die in dem Mediabook enthalten ist und demnach nur von der 1080p-Bildquelle im Standard-Dynamic-Range SDR und können daher alleine schon einmal, zwar auch nicht eins zu eins das Blu-Ray-Bild, aber schon gar nicht das der 4K-UHD repräsentieren. Das 4K-Master, das Plyon Pictures für diesen UHD-Release zur Verfügung stand, sieht absolut hervorragend aus. Grundsätzlich wird auf dem Cover-Artwork keine Form von HDR erwähnt. Glücklicherweise ist es aber auf der Disc offensichtlich schon enthalten, weil mein LG-UHD-Player mir beim Start des Films sehr wohl einen Hinweis auf Dolby Vision angezeigt hat. Dabei muss man sagen, dass beim direkten Vergleich über den Fernseher zwischen der Standard-Blu-Ray- und der 4K-Scheibe eine Menge an Unterschiede auffallen. Ganz besonders, wie klar die Kanten gezogen sind, wie schön ausgebaut der Detailbereich hier ist. Das ist bei einem etwas grainiger ausgefallenen Film wie Dark Waters natürlich ganz besonders in der Grain-Struktur zu erkennen. Man muss ja dazu sagen, dass der UHD-Kodec wesentlich effektiver arbeitet. Und Play on Pictures hat den Film hier auf der Standard-Blu-Ray mit 30,6 GB enkodiert, wohingegen er in 4K auf der UHD 59,7 GB in Anspruch nimmt. Und quasi Pi mal Daumen kann man tatsächlich rechnen, dass obwohl die UHD das Vierfache an Bildinformationen bietet, das Doppelte an Datenmenge ausreicht, um das Ganze entsprechend zu enkodieren. Und das fällt mir beim Ansehen des Films alleine eben deswegen schon auf, weil der Film teilweise auch interessanterweise farbige Körnchen hat, beziehungsweise eben generell eine sehr schön ausgebaute, kleine, feine Grain-Struktur, die die UHD natürlich absolut punktscharf und perfekt Bild für Bild darstellt, ohne dass sich selbst zwischen diesen Körnchen hier vom original verwendeten Filmmaterial-Kompressionsspuren verstecken, was sie natürlich bei der Blu-Ray im direkten Vergleich doch tun. Da merkt man vielleicht sogar ein kleines bisschen, dass die Rauschintensität über größere Betrachtungsflächen ein bisschen geringer wirkt, einfach eben weil die Kompression ein bisschen was von diesen Rauschkörnern auffrisst. Aber das organischere, das authentischere Bild liefert in dem Fall ganz eindeutig die UHD. Und dabei erkennt man auch vor allem bei den Szenen, wo Yoshimi bei den Anwälten sitzt und dort diese kleinen Akten durchgeblättert werden, tatsächlich auf der 4K UHD, teilweise bei weiter entfernten Einstellungen, immer noch die kleinen Schriftzeichen und feinere Strukturen auf diesen Blättern, die auf dem Blu-Ray-Transfer natürlich weitestgehend untergehen. Dadurch hat man hier auf der UHD ein wesentlich schärferes, wesentlich detailreicheres und auch grundsätzlich wesentlich plastischeres Bild. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich während meiner Recherche für dieses Review keinerlei technische, konkrete Informationen gefunden habe, wann, wo und in welcher Form dieses UHD-Material gescannt bzw. aufbereitet wurde. Aber es ist für mich absolut offensichtlich, dass es sich hierbei um natives 4K handeln muss. Wobei man aber eines sagen muss, dass eben das Dolby Vision und HDR bei diesem 4K Release jetzt nicht ganz so deutlich zum Tragen kommt, wie es das bei 4K Releases normalerweise tut. Denn Darkwater ist ein Film, der sich grundsätzlich gerne relativ düster und farbarm präsentiert. Wir haben zwar vereinzelte Einstellungen, die quasi diesen Orange-Sepia-Ton haben, aber ich denke mir, bei dieser Slideshow ist euch eben bereits schon aufgefallen, dass eben Darkwater nicht mit einer knalligen, bunten Farbpalette spielt. Dass das zwar teilweise gerne bewusst akzentuiert wird, eben wenn diese rote Mimiko-Tasche zu sehen ist. Die knallt natürlich auf der UHD gleich noch einmal eine große Stufe mehr als auf der Blu-Ray und fahrt förmlich aus dem Bild. Aber auch hier bietet die Blu-Ray an sich bereits ein wirklich schönes Bild. Man merkt die größte Farbpalette witzigerweise zum Beispiel bei den Szenen im Kindergarten beziehungsweise eben bei allen Szenen, die nicht in diesem einen Wohnkomplex spielen. Deswegen man eben ganz deutlich davon ausgehen muss, dass eben auch diese Reduktion der Farbpalette natürlich ein ganz bewusst vom Regisseur eingesetztes visuelles Stilmittel ist. Aber eines ist klar, Darkwater bietet auf der Blu-Ray eine absolut hervorragende Bildqualität für das Blu-Ray-Format, zeigt allerdings trotzdem noch, wenn die 4K-UHD ihre Muskeln so richtig spielen lässt, dass dieses Format selbst bei älteren analogen Filmen auch mit intensiveren Filmgrain noch einmal um so viel mehr drauf haben kann und hat für mich tatsächlich trotz des Alters von mittlerweile 20 Jahren eine wirklich beeindruckende UHD-Schauerfahrung geliefert. Und generell muss ich sagen, dass Darkwater das auf mehr als nur eine einzige Art und Weise gemacht hat. Ich habe den Film damals, wie er von Highlight auf DVD veröffentlicht wurde, zwar gesehen, konnte allerdings mit dem etwas subtileren japanischen Grusel damals im Alter von 15 Jahren noch nicht wahnsinnig viel anfangen. Mittlerweile sind ja eben auch bei mir sichtlich 20 Jahre vergangen und ich habe viel Erfahrung, insbesondere mit asiatischen Filmen, die für mich persönlich einfach immer noch die Könige des Filmgeschäfts sind, gesammelt. Darkwater ist ein unglaublich atmosphärischer, spannender, hervorragend gespielter Mystery-Geister, Grusel-Thriller, der vor allem von seinen starken Figuren, von seiner extrem spannenden und pointierten Erzählung profitiert und der eigentlich eine der wenigen Verfilmungen von einer Kurzgeschichte ist, die es schafft, aus 40 Seiten 100 Minuten zu machen, ohne dabei irgendwie langweilig und redundant zu wirken. Weil wenn wir vor allem eben an die Stephen King-Verfilmungen-Blick denken, dann wissen wir, was langweilig und redundant bedeuten kann, wenn man Kurzgeschichten zu riesigen langen Filmen macht. Covid! Ah, Entschuldigung, da habe ich kurz genießen müssen. Darkwater ist auf jeden Fall einer der Filme, den, wenn man ihn noch nie gesehen hat als fein japanischer Filmkunst, definitiv gesehen haben muss. Den sollte man in damals zu DVD-Zeiten bereits gesehen haben, auf jeden Fall auch gerne wiederentdecken kann und der es sich vor allem definitiv verdient hat, ein qualitatives Upgrade von der alten deutschen DVD zu bekommen. Vor allem, wenn Play on Pictures zum Start der neuen J-Horror-Collection im Mediabook nicht nur eine Standard-Blu-Ray, sondern gleich auch noch eine 4K-UHD auspackt, die bei diesem Film wirklich ihre Muskeln spielen lassen kann, trotz der bewusst reduzierten Farbpalette einfach nur wunderschön auch über größere Betrachtungsflächen aussieht und damit der Film sowohl inhaltlich als auch qualitativ mit dem großartigen Bonus-Material der alten Blu-Ray-Umsetzung von Arrow Video ein fantastischer Release ist, der definitiv zu den Must-Haves des Jahres 2022 zählt und für mich insbesondere mit der wunderschönen Aufmachung, mit den Manga-esken Cover-Artworks zeigt. Das ist eine Reihe, wo ich es jetzt schon kaum erwarten kann, dass der zweite Titel endlich in meiner Sammlung steht.